chaotix gaming normal kann jeder herzlich willkommen zur eichels ersten lehrstunde ich zeige euch heute mal ein bisschen was über die truppen bei die stämme und wir fangen an mit der offensive der so genannten off da haben wir als allererstes den achskämpfer der zusammen mit der eckhaft mit der leichten kavallerie auf braun oder bei mir ponys genannt die offensive bildet hier ist wichtig ein richtig gutes gleichgebig zu haben zum fahren braucht ihr hauptsächlich ponys zum angreifen sind die echse noch ganz gut weil vier echte haben mehr angriffskraft als ein eckhaft und dadurch gerade im großen angriff mit der vollen auf ist immer wichtig dass man so um die 1800 eckhaft hat und den rest dann mit mit achsmännern macht mit holzfällern ganz wichtig dann noch essen die rammlöcke die rammlöcke sind dafür da den wald vom anderen kaputt zu machen hier gibt es eine schöne zahl die 222 das ist die maximalzahl an rammlöcke die irgendwas bringt im spiel einfach nie mehr als 222 rammlöcke weil die ja auch extrem viele bauernhoffplätze kosten ganz wichtig für kleinere attacken so kleine vor allem so kamikaze attacken sind die katapulte sind vor allem dann gut wenn man irgendwie von seinem dorf fünf leute gleichzeitig angreift und alle denken es ist ein fake und man macht dann den alles kaputt oder auch andere sachen kaputt jetzt kommen wir zur verteidigung bei der verteidigung haben wir unseren lieben sperrträger dann den schwertkämpfer und später noch die schwere krallerie am anfang ist wichtig ein schönes gleichgewicht zwischen sperrkämpfern und schwertkämpfern zu haben weil der sperrkämpfer kämpft extrem gut gegen die ponys der schwertkämpfer kämpft extrem gut gegen die infanterie deswegen ist es ganz wichtig dann ziemlich gutes gleichgewicht zu haben wir haben hier bei uns auf der welt keine bogenschützen deswegen erklären wir die auch nicht viele von beiden gleichzeitig später kommt dann noch die sk die schwarzen ponys die schwere kavallerie die schwere kavallerie ist eine mischung kann man für angreifen aufnehmen ist aber mit 150 angriffswert bei sechs baunrufsplätzen nicht wirklich gut da haben wir mit unseren axis haben wir mit unseren holzfeiern haben wir da etwa 240 und mit unseren ponys haben wir da auch um die 200 das heißt das ist ein bisschen besser in der def sind wir immer gut vor allem auch gegen unsere lieben axis helfen die wirklich und sie ist natürlich viel viel schneller bei einem eigenen spieler nicht unbedingt auf der welt aber unsere katapulte eignen sich auch hervorragend als death wenn mal not am mann ist oder am katapult ganz wichtig ist ein kleines headquarter aufzubauen dass man alles im überblick hat auch den ganzen tag arbeiten ist nicht so wichtig am allerwichtigsten ist der bildschirm mit dem premium depot wer keine rohstoffe für premium punkte kaufen das spiel nicht wirklich ernst sobald ein vorrat drin ist sofort kaufen egal wie viel egal wie teuer ganz wichtig der versammlungsplatz dass man truppen immer sofort wieder per farmassistent rausschicken kann und dann natürlich der überblick über die gesamtkarte hier kann man schön politisch einstellen das heißt man hat auf einen blick was wir schon eingenommen haben man hat eine gegner im blick wie hier diesen aro wohne der hat schon sein schloss dran wird mein erstes adelsopfer hat leider noch schutz bis heute abend 15.26 das heißt ein paar minuten dauert es noch dann das nächste ziel ist hier dieser fammon dieser marlon von dem wir immer reden hat es wichtig dass man seinen gegner immer am blick hat rieschen nach rettich bisschen leute ich hoffe ich hatte die kleine vorstellung gefallen die kleine erklärung von dem eichel toller und demnächst gibt es noch mehr videos davon hier aus unserem headquarter bis zum nächsten mal macht's gut und schöne grüße auch von smarland bis zum nächsten mal Das war's für heute.